Heute haben wir für euch ein Rezept für ein mega saftiges Bananenbrot. Perfekt, um alte, braun gewordene Bananen weiter zu verwerten. Ihr benötigt ca. 300 Gramm Banane. Eine halbe davon wird als Deku zur Seite gelegt. Dann noch 80 Gramm Mehl. Ca. 65 Gramm Haferflocken. Die könnt ihr entweder ganz lassen für etwas mehr Biss oder zu feinem Mehl vermahlen. Und gerne noch 30 Gramm Proteinpulver oder auch hier wieder Mehl. 2 Teelöffel Zimt und ein Paket Backpulver. Und da die Feuchtigkeit der Banane allein nicht reicht, noch ca. 130 Milliliter Milch. Gebt alle trockenen Zutaten in eine Schüssel und rührt sie einmal gut durch. Wenn ihr möchtet, süßt gerne noch mit etwas Zucker oder in meinem Fall mit etwas Vanilleflavorpulver. Jetzt kommen entweder 2 Esslöffel fertige Erdnussbutter oder 15 Gramm Erdnussbutterpulver mit einer entsprechenden Menge Wasser vermischt zu den trockenen Zutaten. Zermatscht jetzt die Banane bis auf ein halbes Stückchen, welches ihr in kleine Scheiben schneidet. Diese werden anschließend zur Dekoration des Bananenbrotes benutzt. Gebt den Bananenbrei und die Milch auch noch mit zu unseren anderen Zutaten und rührt das Ganze gut durch, bis ein geschmeidiger Teig entstanden ist. Jetzt kommt die Masse in eine Kastenform von 25 cm Länge, wird mit den Bananenscheiben dekoriert und wandert für 40 bis 45 Minuten bei 170 Grad Umluft in den Backofen. Lasst das Bananenbrot anschließend ca. 10 bis 15 Minuten auskühlen und stürzt es dann aus der Form. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne einen Kommentar, ein Abo oder ein Like da. Und jetzt erstmal guten Appetit! Einschlappen als Zutaten! Die Schleimme zum Ganzen! Vielen Dank.